Der öffentlich-rechtliche Rundfunk setzt dann vorige Woche noch in allen die Krone auf, präsentiert der Bevölkerung eine Geschichte von einem Segelboot mit Ollig und Bollig und will uns erklären, dass die beiden in die Ostsee aufgebrochen sind, um eine Pipeline zu sprengen. Also ich muss wirklich sagen, selbst das DDR-Fernsehen hat sich mehr Mühe gegeben, die Bürger zu veralbern. Und das ist wirklich die Spitze.